Ja, Ahoi du wunderschöner Mensch da draußen vor dem Bildschirm, ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video gemeinsam mit mir. Ich freue mich wie immer riesig, dass du eingeschaltet hast. Und heute möchte ich gerne mal über ein Thema mit dir sprechen, was mich gerade zu Beginn meiner Laufbahn als Therapeut, aber auch Gesundheitsjournalist, immer wieder so ein bisschen zur Verzweiflung gebracht hat. Und zwar möchte ich vielleicht so beginnen, die meisten da draußen, die mich regelmäßig verfolgen, die kennen meine Geschichte. Und zwar stand da ziemlich lange die Diagnose Reizdarmsyndrom vom Durchfalltyp mit einer schweren Ausprägung im Raum. Also das ging so über viele, viele Jahre, wurde ich von Arzt zu Arzt geschickt und hatte eben mit diesen täglichen Durchfällen zu kämpfen, mit schweren Bauchkrämpfen. Aber dann auch über die Jahre mit immer mehr Komorbiditäten, Kopfschmerzen, Gelenkschmerzen, vor allen Dingen auch Fatigue und auch psychischen Komorbiditäten wie zum Beispiel depressiven Verstimmungen, Ängsten und so weiter. Und das Ganze hat mir das Leben wirklich zur Hölle gemacht. Und wie die allermeisten da draußen, habe ich dann natürlich erstmal diesen klassischen Weg genommen und bin eben zum Allgemeinmediziner gegangen, zu meinem Hausarzt oder dann zum Gastroenterologen geschickt. Und die Diagnose, die war immer so ein bisschen strittig, weil man dort so immer ein paar Marker gefunden hat, die nicht so typisch für den Reizdarm sind. Da wurde dann auch der Verdacht auf Morbus Crohn beispielsweise gestellt. Und so ging das immer weiter. Niemand konnte mir wirklich helfen und ich bin dann erstmal diesen ganzen Weg der Schulmedizin gegangen, bis hin in die Universitätskliniken, Privatsprechstunde bei den Chefärzten, solche Dinge. Und dann als das nicht funktioniert hat, dann natürlich auch alles ausprobiert, was die Naturheilkunde so zu bieten hat. Akkupunktur beispielsweise, Homöopathie, viele Sachen, Ernährungsumstellung und so weiter, verschiedene Kombinationen ausprobiert. Aber nichts hat so wirklich geholfen. Und irgendwann war ich dann an dem Punkt, dass ich gesagt habe, okay, jetzt musst du selber etwas tun. Und dann habe ich angefangen, eben in den wissenschaftlichen Datenbanken rumzuwühlen und zu recherchieren. Und war dann ziemlich geschockt, was ich dort so entdeckt habe. Denn dort gab es eben diese ganzen Sachen. Und das ist teilweise ja uralt, über was ich hier auch noch berichte heute. Da staunt man manchmal die ersten Studien zu Themen wie Mastzellhypoplasie, Veränderungen im gastrointestinalen Serotonin-System. Die stammen alle schon aus den 80er Jahren des vergangenen Jahrhunderts. Und was es da teilweise schon wirklich auch an Interventionsstudien zu bestaunen gab, das ist wirklich faszinierend. Aber das zeigt mir eben auch, man hätte auch damals schon sehr viel tun können. Aber das Ganze hat nie so diesen Übertrag in die klinische Praxis gefunden. Und deswegen blieben halt viele Patienten auch mit ihren Beschwerden allein. Lange Zeit wurde die Erkrankung ohnehin psychologisiert. Also dass die Ärzte gesagt haben, ja, das Ganze hat einen psychogenen Ursprung. Die Patienten müssen unbedingt Stress abbauen. Die müssen mehr Ballaststoffe essen. Ihr kennt das ja alles. Generell muss ich sagen, das war so dann die Idee. Okay, du entdeckst jetzt eben diese Dinge. Es gibt eben Mastzellhypoplasie, diese Veränderungen im gastrointestinalen Serotonin-System. Es gibt den so krase Isomaltasemangel. Es gibt die Dynamfehlbesiedlung. Und die Studien zeigen, dass damit sehr, sehr viele Patienten deutliche Verbesserungen erreichen können. Oder sogar eine vollständige Remission bzw. Heilung ihrer Beschwerden. Und das war für mich so der Knackpunkt, wo ich gesagt habe, okay, damit wirst du jetzt nicht nur dein Problem in den Griff kriegen. Und du wirst es jetzt allen Ärzten beweisen, dass das nicht nur ein psychisches Problem ist. Sondern du kannst damit auch vielleicht Hunderten oder vielleicht sogar Tausenden anderen Betroffenen weiterhelfen. Denn ich wusste ja aus den Foren und so weiter, mit diesem Problem, eben mit dem Reizdarmsyndrom, da will ich nicht alleine und mit den vielen Komorbiditäten. Denn es betrifft viele Millionen Menschen allein im deutschsprachigen Raum. Und noch viel mehr natürlich in der ganzen Welt. Und dann fing ich eben an, erstmal meine Erfahrungen so publik zu machen. Hab dann 2010 rum angefangen zu bloggen. Und aus dieser Zeit und dann später natürlich nach dem Psychologiestudium, hab ich ja meine Praxis eröffnet und eben Klienten betreut. Und aus diesen Erfahrungen, da speisten sich mehrere Erkenntnisse. Auf der einen Seite erstmal, ich sag's mal, ja, es waren eigentlich drei zentrale Erkenntnisse. Auf der einen Seite, es sind nicht alle, ja, Erkenntnis ist nur schwer vorstellbar, aber es sind nicht alle Patienten so wie ich selbst. Also das ist ja einfach so, wir bewegen uns alle in unserer eigenen Filterblase und betten natürlich unsere eigenen Erfahrungen, unser Leben, aber auch unsere Kognition dann in so ein Gesamtbild der Welt ein. Und für mich war es dann auch so ein bisschen ein kleiner Schocker. Nicht alle Patienten mit dem Reizdarmsyndrom leiden wirklich unter diesen schweren Symptomen. Nicht alle haben diese Komorbiditäten, mit denen sie kämpfen müssen, wie eben zum Beispiel Fatigue oder auch depressive Verstimmung. Und die Patienten reagieren mitunter sehr unterschiedlich auf die Erkrankungen selbst, also auf die Einschränkungen durch die Erkrankung oder auch auf verschiedene Therapieansätze. Also, das war für mich so ganz besonders. Es gibt tatsächlich Patienten, wir wissen es auch aus den Daten, ungefähr ein Drittel sucht noch nicht einmal die Hilfe eines Arztes, weil sie sagen, ich komme eben mit meinen Reizdarmbeschwerden relativ gut zurecht, ich kann meinen Alltag meistern, habe das irgendwie für mich, habe da eine Lösung gefunden, gehe halt frühs ein bisschen häufiger zur Toilette, stehe dafür ein bisschen zeitiger auf, habe dann verschiedene Strategien, wo ich weiß, im Büro habe ich eine Möglichkeit zu gehen und so weiter und so fort. Und diese Patienten reagieren häufig auch auf kleinste Umstellung ihres Lebensstils sehr positiv oder auch auf pharmakologische Ansätze, wie zum Beispiel die Verabreichung von Spasmolytica und so weiter. Und das ist so etwas, was sich Patienten, die schwer betroffen sind, nur ganz, ganz schwer vorstellen können. Wir hatten es letztens so eine kleine Diskussion hier in den Kommentaren, wo auch ein Zuschauer quasi angemerkt hat, ja immer ganz schön, aber er kann sich gar nicht vorstellen, warum eigentlich die Daten in den Studien und die reale Welt immer so weit auseinanderklaffen. Warum finden wir in Studien immer so große Erfolgsquoten und eben auch Patienten, die angeben, alleine mit einer Lofotmap-Diät in Remission gekommen zu sein oder mit einer Verminderung zum Beispiel des Stärkeanteils in der Ernährung, wo wirklich solche kleinen Schritte dazu führen, dass man auf einmal keine Symptome mehr hat oder nur noch sehr, sehr milde. Und das ist wie gesagt für Patienten, die mit einer schweren Ausprägung nur sehr schwer vorstellbar, aber die Studien zeigen es immer wieder, dass es diese Patienten gibt und ich kann es auch aus meiner therapeutischen Erfahrung auch wirklich nur unterstreichen. Also es gibt jene Betroffene des Reizdarmsyndroms, für die reicht eben die Umstellung auf eine Lofotmap-Diät eine Zeitweise oder zum Beispiel einfach das Modulieren der täglichen Ernährung ein bisschen hin Richtung mediterrane Kost und vielleicht zusätzlich so noch ein paar Lebensdieninterventionen wie mehr Bewegung oder vielleicht auch solche Dinge wie Darmhypnose und so weiter, um ihre Beschwerden in den Griff zu bekommen. Also wichtig beim Reizdarmsyndrom sind die Patienten sehr heterogen und sie reagieren sehr unterschiedlich auf die verschiedenen Behandlungsoptionen. Auf der anderen Seite gibt es aber die Patienten, bei denen ist einfach ein bisschen mehr Detektivarbeit erforderlich und das sind viele Patienten, mit denen ich dann zu tun hatte, die eben diesen klassischen Weg gegangen sind und die waren eben erstmal bei ihrem Hausarzt und dann vielleicht auch beim Gastroenterologen und dort gab es die typischen Empfehlungen. Erstmal wird abgeklärt, okay, steht irgendwas gefährlicher was im Raum, ist das vielleicht eine chronisch entschuldige Darmerkrankung, ist das eine Zöliakie. Wenn das ausgeschlossen ist, beruhigt das die Patienten schon so ein Stück weit und dann kommen die typischen Empfehlungen beim Reizdarmsyndrom. Die Ernährung ein Stück weit anpassen, vielleicht mal die Lofotmap-Diät versuchen, ein Spasmolytikum einnehmen, Stress reduzieren und so weiter und so fort. Vielleicht auch Dinge wie Probiotika, Glutamin und so etwas oder eben auch spezifisch zum Beispiel beim Geinsäureverlustsyndrom, Cholesteramin oder bei der Bauchspeicheldrüsen-Schwäche, eben Verdauungsenzyme und so weiter. Und wenn das alles nichts hilft, dann suchen die Patienten häufig weiter und die finden dann auch manchmal ihren Weg hier auf meinem Kanal oder eben auf dem Blog und kommunizieren mit mir oder werden auch Klienten. Und bei diesen Patienten ist es häufig notwendig, wenn das schon vorher nicht, diese Basis-Therapie nicht funktioniert hat, dass man eben Detektivarbeit betreibt und so ein bisschen noch ein paar spezifische Untersuchungen macht. Dann schaut man sich verschiedene Biomarker an und dann kann man so ein Stück weit abschätzen, in welche Richtung soll es denn gehen. Gutes Beispiel war jetzt immer die Lofotmap-Diät. Wir wissen, die Lofotmap-Diät, die hilft so ungefähr, in Studien sind es immer so 50 bis 75 Prozent der Patienten und das ist dann aber, dann sagen wir eben, wir sprechen von einer adäquaten Verbesserung. Oft sind das Verbesserungen auf dem IBS-Symptom-Severalty-Score so von ungefähr 50 Punkten. Und dann sagen wir, okay, das ist jetzt eine genügende Verbesserung. Natürlich lindern sich dadurch die Symptome, aber die Wahrheit ist eben auch, in diesen 50 bis 75 Prozent, da verstecken sich eben Patienten, das ist ja immer nur ein Durchschnitt, die reagieren sehr positiv. Also dann haben wir mindestens eine Halbierung des IBS-Symptom-Severalty-Scores. Und auf der anderen Seite eben auch Patienten, die haben diese Verbesserung um 50 Punkte, dann ist das Reizdarmsyndrom natürlich noch lange nicht weg. Also wir haben eine Reduktion der Beschwerden, aber natürlich spielt die Erkrankung dann im Alltag immer noch eine große Rolle. Studien haben jetzt aber wieder gezeigt, dass diese Patienten, die keine ausreichenden Verbesserungen durch die Lofotmap-Diät erfahren, sehr häufig unter einem sukrase Isomaltase-Mangel leiden. Also das ist das stärkespalten der Enzym. Und für diese Patienten kann es sinnvoll sein, sich eben einer stärker armen, zuckerfreien Diät zu unterziehen. Und dann kommen diese eben auch in den Bereich der Remission sehr häufig. Wir können den Anteil der Responder deutlich erhöhen. Und hier kann man eben durch die notwendige Detektivarbeit, kann man das vorher schon so ein bisschen abschätzen. Es gibt verschiedene Biomarker, die darauf hinweisen. Man kann das Ganze natürlich auch probatorisch machen. Wäre immer meine Empfehlung, erstmal gucken, mediterrane Lofotmap-Diät, das Ganze so für drei Monate durchziehen. Und falls das Ganze nicht funktioniert, falls es gut funktioniert, dann können wir mehr Richtung mediterrane Diät, die die Ernährung dann anpassen. Das ist wichtig, wegen der Versorgung mit Präbiotika unter anderem. Wenn es aber nicht funktioniert, dann sollte man mal eine stärkerarme Diät ausprobieren, in Richtung SCD, Palio, Gaps und so weiter. Das kann dann den entscheidenden Vorteil bringen. Das ist sozusagen die zweite Gruppe. Also das waren einfach Leute, die sind eben mit diesen klassischen Basis-Empfehlungen gescheitert. Und das ist ja das, was normalerweise in den Arztpraxen passiert. Und da kann man aber, wenn wirklich, wenn man zu einem guten Therapeuten oder einem guten Arzt kommt, die wissen dann eben, nach was können wir noch schauen. Da gibt es so einige Dinge, die wir hier immer wieder auf dem Kanal diskutieren. Und dann kann man diesen Patienten eben auch relativ gut helfen. Und dann gibt es aber noch eine dritte Gruppe. Und ich würde die so ungefähr, ja, ich würde so sagen, es sind ungefähr 10 bis 20 Prozent der Betroffenen. Und das sind diese Leute, die mich manchmal so ein bisschen zur Verzweiflung brachten. Und das lag aber nicht an den Leuten selbst, also an den Klienten selbst, sondern das hat damit zu tun, dass bei diesen Patienten überhaupt nichts zu helfen scheint. Also das sind Leute, die zeigen eigentlich ein ähnliches Biomarker-Profil, wie jetzt diese zweite Gruppe, die ich gerade beschrieben habe. Und dennoch scheint bei denen das nicht zu helfen, was für die anderen eben wirklich sehr positiv funktioniert hat oder was sogar die Leute in Remission gebracht hat. Und das war für mich sehr, sehr schwierig nachzuvollziehen. Was ist denn dort eigentlich los? Was steht dort im Weg? Warum funktioniert das bei dieser einen Gruppe, die eben ein bestimmtes Profil zeigt, ein gewisser Phänotyp, mit den verschiedenen Metaboliten, mit verschiedenen Prädiktoren der Darmflora und so weiter, was für die super funktioniert hat. Und auf der anderen Seite mit genau demselben Profil funktioniert das Ganze eben nicht. Und man versucht dort verschiedene Ernährungskonzepte. Man stellt die Ernährung um, man probiert eben glutenfrei, stärker arm, man probiert Lofotmap, die Fast-Track-Diet. Man probiert verschiedene Ansätze zum Beispiel mit dem gastrointestinalen Serotonin-System zu arbeiten, mit der Masszellstabilisation und versucht auch verschiedene Supplemente und so weiter. Und nichts scheint bei diesen Patienten eine Wirkung zu zeigen. Und jetzt kann man natürlich darüber spekulieren, warum ist das bei diesen Patienten der Fall? Und ich würde sagen, meine Arbeit, die ist eben so ein bisschen geprägt. Ich hatte es vorhin schon beschrieben, natürlich durch meine eigene Geschichte, dass ich immer gedacht habe, oh ja, alle Reizdorn-Patienten sind so schwer betroffen und finden so schwer eine Linderung. Und auf der anderen Seite, weil ich natürlich mit vielen Patienten zu tun bekommen habe, die eben zu den letzten beiden Gruppen gehören. Also das sind eben genau jene Patienten, denen nicht schnell geholfen werden konnte, beim Arzt oder beim Ernährungsberater. Und die dann eben mit diesen komplexeren Geschichten kommen, häufig auch mit Komorbiditäten. Und diese letzte Gruppe, die ich jetzt als letztes beschrieben habe, die so ganz, ganz schwer eine Linderung finden. Häufig funktioniert gar nichts oder sie haben nur ganz, ganz kleine Fortschritte. Manchmal ist es so, dass was zeitweise hilft und dann aber die Wirkung schnell wieder nachlässt. Die macht das teilweise sehr frustrierend natürlich für den Therapeuten. Aber natürlich habe ich auch großes Verständnis für diese Patienten, weil sie absolut verzweifelt sind. Man muss sich dann vorstellen, die haben diese Geschichte, an der mein Leben, mein Alltag und Berufsleben und Privatleben ja auch so fast gescheitert wäre, haben die eigentlich über Jahre, teilweise Jahrzehnte und nichts scheint irgendwie Linderung zu verschaffen. Und natürlich sind diese Patienten dann auch häufig, ich beschreibe es mal ein Stück weit, gereizter und haben andere Ansprüche, andere Vorstellungen. Und manchmal ist die Arbeit mit diesen Patienten sehr schwierig. Und deswegen war es über die Jahre für mich wichtig, herauszufinden, was dort eine Rolle spielen könnte. Und heute möchte ich mal so deinen Blick in eine gewisse Richtung lenken. Das ist so ein bisschen, ja, ich habe dann einfach über die Jahre einige, eine oder mehrere Hypothesen eigentlich aufgebaut, woran das liegen könnte. Und jetzt wurde das Ganze auch wieder durch verschiedene Studien nochmal untermauert. Und heute möchte ich dir mal eine irische Studie vorstellen. Wir werden natürlich auch wieder über mehrere Untersuchungen sprechen. Aber diese irische Studie, die soll heute mal so ein bisschen das Zentrum der Diskussion bilden. Und ich weiß, dass die Botschaft des heutigen Videos zu einigen da draußen sauer aufstoßen wird. Und ich möchte nicht sagen, nicht behaupten, dass das die Lösung für alles ist und dass ich das immer hinter diesem Phänomen verbergen muss. Aber es ist eben ein bedeutsamer Aspekt. Und ich möchte unbedingt dein Augenmerk darauf lenken. In dieser irischen Studie, steigen wir vielleicht gleich mal ein, wurden 450 Patienten mit dem Reizdarmsyndrom erst mal ausgiebig untersucht. Also das bedeutet, man hat geschaut, leiden diese wirklich unter einem Reizdarmsyndrom? Das wurde in einer gastroenterologischen Spezialklinik in Irland durchgeführt, in Dublin. Und dann hat man vorher eben geschaut, die wurden überwiesen aus verschiedenen Kliniken oder auch von niedergelassenen Gastroenterologen. Und die mussten eben verschiedene Voruntersuchungen aufweisen, dass eben verschiedene Biomarker erhoben wurden, Bluttests, Stuhltests. Bei vielen wurde auch eine Koloskopie durchgeführt, also eine Darmspiegelung, dass man schauen konnte, spielt hier irgendwas anderes noch eine Rolle? Es waren wirklich Reizdarm-Patienten. Und der größte Teil dieser Reizdarm-Patienten litt unter einer schweren Ausprägung des Reizdarmsyndroms. Dann hatten wir noch viele, die moderate Beschwerden zeigten. Und es waren noch einige dabei. Das war aber der geringste Teil, die eine milde Ausprägung zeigten. Und diese Patienten, die setzte man dann für drei Monate entweder auf eine... Ja, man setzte die Patienten erst einmal drei Monate auf eine Ernährungsumstellung nach den NICE-Guidelines. Und die NICE-Guidelines, die musst du dir so vorstellen, das sind so die... Ja, die... Das ist das Ambivalent zu den... Das britische Ambivalent zu den deutschen Leitlinien beim Reizdarmsyndrom. Das sind allgemeine Ernährungsempfehlungen. Also die Leitlinien, die umfassen natürlich noch viel mehr. Da geht es auch um die Diagnostik, um die Therapie. Aber es gibt eben auch diese allgemeinen Ernährungsempfehlungen. Und die sind wirklich ganz allgemein gehalten. Das sind ganz kleine Schritte. Hier geht es zum Beispiel darum, etwas weniger Koffein zu konsumieren, ein bisschen auf den Fettkonsum zu achten, eventuell die Ballaststoffe einzuschränken, regelmäßige Mahlzeiten einzunehmen, eine ordentliche Flüssigkeitszufuhr zu garantieren und so weiter. Und wir wissen, das Befolgen der NICE-Guidelines, das führt tatsächlich zu signifikanten Erfolgen bei der Linderung der Beschwerden des Reizdarmsyndroms. Ist für viele immer schwer vorstellbar. Aber die vorhandenen Studien, die haben da immer so eine Responderquote von um die 40%. Also, das ist knapp ein bisschen weniger als die Hälfte. Die reagieren eben wirklich, Patienten mit dem Reizdarmsyndrom, auch mit schwer ausgeprägten Beschwerden. Die reagieren positiv und mit adäquaten Verbesserungen allein auf diese kleinen Schritte einfach das Ernährungsverhalten ein Stück weit umstellen. Und das ist eben wenig komplex. Man muss dort nicht irgendwelche Grenzwerte beachten. Man muss keine Lebensmittellisten studieren oder irgendwas und trotzdem finden wir eben diese relativ guten Verbesserungen bei ungefähr 40 bis 50% der Patienten. Und das hat man auch in dieser Studie gemacht. Das war der erste Schritt. Man hat das so in einem Stufenmodell aufgebaut. Erster Schritt, Befolgen der NICE-Guidelines für ungefähr, äh, nein, also für drei Monate. Und wenn das Ganze nicht funktioniert hat, also Patienten, die keine adäquate Verbesserung erfahren hatten, das war hier definiert, das primäre Studienziel mit einer Verbesserung des IBS Symptom Severity Scores um 50 Punkte. Die hat man dann nochmal für sechs Wochen auf eine Low-Fotmap-Diät gesetzt. Also die Reduktion der kurzkettigen, fermentierbaren Kohlenhydrate. Wissen wir ebenfalls aus Studien auf der einen Seite, dass das Ganze ziemlich gut für Patienten mit Reiznarm-Syndrom funktioniert. Generell Responderquote so bei ungefähr 50 bis 75%. Und wenn man beides vergleicht, NICE-Guidelines und Low-Fotmap-Intervention, dann wissen wir, die Leute, die nicht von den NICE-Guidelines profitieren und dann aber zur Low-Fotmap-Diät wechseln, da gibt es nochmal zusätzliche Responder und zwar so im Rahmen von 10 bis 20%. Also die Responderquote, die erhöht sich dann. Und wir wissen auch, die Ergebnisse durch die Low-Fotmap-Diät, die sind auch so ein Stück weit besser, effektiver. Sie können die Symptome stärker lindern. Und bei der Low-Fotmap-Diät vielleicht noch zu sagen, besonders stark sind die Wirkungen eben auf Bauchschmerzen und Blähungen. Wir finden etwas geringere Wirkungen bei den Stuhlunregelmäßigkeiten. Beim Durchfall kann das Ganze relativ erfolgreich sein, aber gerade bei Verstopfung und auch beim Mischtyp sind die Ergebnisse so ein bisschen gemischt. Wir haben also auf jeden Fall, wir wissen, beides funktioniert relativ gut für Patienten mit dem Reizdarmsyndrom und wir haben so ungefähr eine Richtlinie, wo sollten wir rauskommen, was ist zu erwarten. Und da kann ich erstmal sagen, das Ergebnis auch dieser irischen Studie, das untermauert das Ganze nochmal recht schön, denn wir haben eben hier nach den drei Monaten eine Responderquote von 45%. Also 45% der Patienten mit Reizdarmsyndrom, hauptsächlich mit schwerer und moderater Ausprägung, die erreichen eben mindestens eine Verbesserung um 50 Punkte. Und das ist ein bedeutsamer Aspekt deswegen, weil, klingt immer sehr abstrakt, was sind 50 Punkte auf der IBS Symptome Severity Scale, das macht eben einen Unterschied im Alltags- und Berufsleben. Das kann man wirklich auch klinisch zeigen, das macht einen bedeutsamen Unterschied. Und liegt also genau in diesem erwartbaren Bereich. Und dann wurden zusätzlich eben die Patienten, die das wollten, die nicht von den Nice-Guy-Lines profitiert hatten, einer Lofotmap-Diät unterzogen. Die bekamen eine Schulung von einem ausgebildeten Ernährungsberater und dann erhöhte sich die Responderquote noch einmal auf 56%. Also über die Hälfte hatte dann diese adäquate Verbesserung erfahren. Und eigentlich lag die Responderquote noch so ein Stück weit höher, weil man konnte hier die Dropouts und so weiter, wenn man das rausrechnet, liegt man bei über 70%. Untermauert genau das, was wir inzwischen aus vielen randomisierten, kontrollierten Studien und auch Meta-Analysen wissen. Und die durchschnittliche Verbesserung des IBS Symptome Severity Score, die lag bei 100 Punkten und in der Gruppe mit den stärksten Symptomen waren es sogar 120 Punkte. Also es gab dort eine wirklich nennenswerte Verbesserung. 120 Punkte, das ist kein Pappenstiel. Das ist bei vielen Patienten mit moderaten Beschwerden eine Halbierung der Symptome. Und das ist so das Erste, was wir aus dieser Studie wieder lernen können. Selbst diese kleinen Schritte beim Reizdarmsyndrom, allgemeine Ernährungsempfehlungen, die funktionieren relativ gut. Wer nicht davon profitieren kann, sollte sich der Lofotmap-Diät zuwenden. Und dann kann man tatsächlich große Verbesserungen erwarten, auch in relativ kurzer Zeit, sechs Monate. Wir haben uns sicher schon häufig über die Einzelheiten der Lofotmap-Diät unterhalten, wie man die Effektivität noch verbessern kann, welche Risiken es zu vermeiden gilt und so weiter. Aber das ist auf jeden Fall positiv und mutmachend. Viele Patienten, oder ich muss sogar formulieren, ein Großteil der Patienten mit Reizdarmsyndrom kann sich durch eine entsprechende Ernährungsumstellung richtig große Reduktion der Beschwerden erarbeiten. So, jetzt können wir eben wirklich sagen, schauen wir uns jetzt diese Daten erstmal so an und sieht das doch ganz cool aus. Macht eben Mut und stimmt optimistisch. Wir können uns diesen Ernährungsumstellungen zuwenden und alles wird gut. Aber das Problem ist, und das ist heute generell so ein bisschen ein Problem, dass man nur so ein bisschen an der Oberfläche kratzt, gerade wenn es um wissenschaftliche Studien geht. Dass man sich immer nur, man schaut dann ins Abstract rein und guckt, okay, das und das ist rausgekommen, alles super. Habe ich jetzt im nächsten Video, habe ich da auch ein ganz tolles Beispiel für dich, wo dann sogar die Überschrift des Abstracts eigentlich was ganz anderes suggeriert, als was in den Daten dann zu lesen ist. Und das wurde hier nicht gemacht, aber wenn man so ein bisschen in die Details schaut, dann ist was ganz, ganz Großes eigentlich im Gange. Denn wir sehen eben, das sollte immer aufurschen lassen hinter einem Mittelwert, also eine mittlere Verbesserung der Beschwerden um 100 Punkte beispielsweise oder fast 75 Prozent reagierten eben mit adäquaten Verbesserungen. Ein Mittelwert verschweigt eben auch sehr viel, denn hinter den Mittelwerten verstecken sich sehr häufig auch Extreme, die dort mit einfließen. Und hier ist es natürlich wichtig, dass wir diese einzelnen Gruppen und Kategorien herausarbeiten, um eben zu verstehen, was dort eingegangen ist und wie dieser Wert zustande kam. Generell war es nämlich in dieser Studie so spezifisch, dass in einer Gruppe knapp 40 Prozent nur von diesen Ernährungsumstellen profitierten und in einer anderen Gruppe weit über 60 Prozent. Also das war ein signifikanter Unterschied, wenn man die Patienten auf Grundlage von verschiedenen Variablen nochmal in zwei Gruppen einteilte. Und das klingt jetzt noch nicht mal so groß, der Unterschied, viel schlimmer wird er allerdings noch, wenn wir uns einzelne Subkategorien anschauen. Wir können uns hier bei diesen Subkategorien mal beispielhaft den Schweregrad herausgreifen und dann wirst du sehen, dass zum Beispiel bei der milden und der moderaten Ausprägung des Reizdarmsyndroms diese Unterschiede hoch drastisch waren. Zum Beispiel haben wir beim milden Reizdarmsyndrom Unterschiede von 80 Prozent Responderquote gegenüber 12,5 Prozent. Um das nochmal plastisch zu machen, also in einer Gruppe und ich werde gleich die Variable nochmal auch benennen natürlich, um die es hier geht, aber damit du erstmal verstehst, wie groß der Unterschied war. Wir haben auf der einen Seite 80 Prozent Responderquote, vier von fünf Patienten reagierten eben mit adäquaten Verbesserungen auf diese Ernährungsumstellung. Nice Guidelines oder Low-Fat-Mark-Diät. Auf der anderen Seite haben wir eine definierte Gruppe, dort reagierten nur 12,5 Prozent, also einer von acht Patienten mit diesen adäquaten Verbesserungen. Und ein drastischer Unterschied, wie gesagt, ganz ähnlich finden wir es beim moderaten Reizdarmsyndrom, also bei Patienten mit moderaten Beschwerden. Dort haben wir auf der einen Seite 35 Prozent gegenüber 70 Prozent. Also doppelt so viele Patienten der einen Gruppe reagierten positiv auf die Ernährungsumstellung als in der anderen Gruppe. Und ähnlich ist das Ganze, wenn wir uns die Verbesserung auf der IBS Symptom Severity Scale anschauen. Zum Beispiel haben wir hier beim moderaten Reizdarmsyndrom fast doppelt so große Verbesserungen wie in der anderen Gruppe. Also es reagierten in einer Gruppe deutlich weniger Patienten positiv auf die Ernährungsumstellung. Und selbst wenn sie positiv auf die Ernährungsumstellung ansprachen, waren die Ergebnisse deutlich geringer. Also sie hatten geringere symptomatische Verbesserungen. Und viele erreichen noch nicht mal diese mageren, muss man wirklich sagen. Denn diese 50 Punkte Verbesserung als primäres Studienziel, das ist natürlich so ziemlich der geringste Wert, den wir anlegen können. Das wird sehr häufig in kontrollierten Studien für Placebos genutzt, die dann eben gewinnbringend vermarktet werden sollen. Habe ich jetzt Placebo gesagt? Für Probiotika natürlich. Aber in kontrollierten Studien, wo man nachweisen will, dass Probiotika wirken, dass man dann draufschreiben darf, ja, hat seine Wirkung in einer kontrollierten Studie unter Beweis gestellt. Sehr häufig auch, wenn man sich den Placebo-Effekt beim Reizdarmsyndrom anschauen will und so weiter. Also das ist ein sehr geringes Kriterium, aber viele Patienten dieser einen Gruppe erreichten noch nicht mal das. Und was war jetzt diese Variable, die diesen Erfolg letztendlich so moderiert hat? Die Ärzte hatten ja zum Beginn der Studie, die Ärzte und Wissenschaftler hatten sich natürlich verschiedene Biomarker angeschaut. Man hat die verschiedenen Fragebogen ausfüllen lassen. Und unter anderem hat man auch die Hospital Anxiety and Depression Scale ausfüllen lassen, HETS abgekürzt. Und das ist eine validierte Skala, die es schon sehr lange gibt zur Selbsteinschätzung depressiver Verstimmung und von Angstsymptomen. Jetzt nehme ich es schon so ein Stück weit vorweg. Es ist die Psyche, die den Erfolg der Ernährungsumstellung so moderiert oder mediiert hat. Und tatsächlich war es so, wir können eben das Ganze so ein bisschen auseinanderklamüsern. Wir haben auf der einen Seite HETS A, also für Anxiety und wir haben HETS D für Depression und dann kann man sich eben diese unterschiedlichen Fragen, die werden zu einem Score aggregiert und die einen, die geben eben einen Hinweis auf Angstsymptome und die anderen auf die depressiven Verstimmungen. Und alles ab einem Wert über 8 ist so ein bisschen suspekt. Alles bis zur 7 wird als unauffällig kategorisiert und alles über 10 da spricht man eben es ist dann keine Diagnose, das kann ein Fragebogen nicht leisten. Aber man sagt eben das ist dann ziemlich auffällig und hier sollte der Therapeut sollte dann hier weiterschauen. Und jetzt hat man die Patienten mit Reizdarmsyndrom aufgrund ihrer Ergebnisse eben in diese Kategorien eingeteilt. Und das Spannende, was eigentlich rausgekommen ist, das hätte ich nicht so erwartet, ist, dass Patienten mit einem, oder mit vielen Angstsymptomen und mit stärker ausgeprägten Angstsymptomen keine Unterschiede bezüglich der Erfolge der Ernährungsumstellung zu befürchten hatten. Also egal, ob die Patienten eben relativ psychisch stabil waren und nicht unter Ängsten litten oder ob diese starke Ängste hatten oder diese häufiger auftraten, das machte keinen Unterschied für den Erfolg der Ernährungstherapie. Ganz anders sah es aber bei den Patienten mit depressiven Verstimmungen aus. Diese hatten tatsächlich, also Patienten, die unter einem Reizdarmsyndrom und depressiven Verstimmungen litten, hatten tatsächlich eine deutlich herabgesetzte Wahrscheinlichkeit von der Ernährungsumstellung zu profitieren und wenn sie profitierten, dann mit deutlich geringeren Erfolgen und symptomatischen Verbesserungen. Das ist das zentrale Ergebnis dieser Studie. Die depressiven Verstimmungen, die moderierten tatsächlich diesen Effekt einer Ernährungstherapie. Und das ist eigentlich so ein Stück weit verrückt, weil wir eben denken, okay, das Ganze ist ja ein biologischer Ansatz. Wie kann dann eben die Psyche das hier so sehr sabotieren? Wir wissen ja eben zum Beispiel durch die Lofotmap-Diät, da passieren verschiedene Dinge. Wir vermindern zum Beispiel das Histamin im Darmsystem, wir modulieren die Darmflora, wir verbessern die Fotmap-Dysbiose und so weiter. Und dennoch surgen die depressiven Verstimmungen dafür, dass eben diese Ernährungstherapie nicht erfolgreich war. Und es gibt noch weitere Interventionsstudien mit verschiedenen Ernährungskonzepten beim Reizdarmsyndrom, die genau dieses Ergebnis schon gezeigt hatten. Und jetzt können wir ja so ein Stück weit spekulieren und das haben die Wissenschaftler auch teilweise im Diskussionsteil gemacht und gesagt, okay, vielleicht ist ja eine Erklärung, dass die Patienten mit depressiven Verstimmungen, wir wissen das aus anderen Erhebungen, vielleicht nicht so geneigt sind, diese Ernährungsempfehlung wirklich auch umzusetzen, dauerhaft dabei zu bleiben, also nicht so freiwillig und gut mitarbeiten. Aber das lässt sich so aus den Daten, aus den bisher vorhandenen, nicht ablesen. Und ich glaube auch deswegen nicht an dieses Erklärungsmuster, weil das Ganze nicht nur bei Ernährungstherapien gezeigt werden konnte, sondern beim Reizdarmsyndrom auch bei anderen Therapieformen. Depressive Verstimmungen können tatsächlich den Behandlungserfolg deutlich herabsetzen und das gilt zum Beispiel auch für die Darmhypnose. Dort ist es hochspannend, weil es sich ja eigentlich um das Verfahren handelt, was beim Reizdarmsyndrom ganz besonders auf die Hirndarmachse spezialisiert ist. Und die Darmhypnose, falls du dich noch nicht damit beschäftigt hast, das ist eines der wirkungsvollsten Verfahren beim Reizdarmsyndrom. Das hilft sehr vielen Patienten und interessanterweise, das ist immer so ein Vorurteil, was ich häufig zu hören bekomme, ja Thomas, du erzählst das immer da aus der psychotherapeutischen Praxis, die Darmhypnose wäre so super, das hilft vielleicht Patienten mit so diesen milden Beschwerden, aber mit ein bisschen Blähung und die vielleicht ein bisschen ein paar Nahrungsmittelunverträglichkeiten haben. Aber bei mir würde das nicht funktionieren, ich habe diese schwer ausgeprägten Symptome, ich habe Komorbiditäten und so weiter. Die Studien zeigen genau das Gegenteil. Besonders Patienten mit dem schwer ausgeprägten Reizdarmsyndrom profitieren ganz besonders von der Darmhypnose. Da gibt es die stärksten Verbesserungen, es kommt häufig zu einer Halbierung oder mehr der Beschwerden. Aber hochspannend, schauen wir uns hier jetzt wieder die Hats-Scores an, und zwar Hats-Depression wieder, dann sehen wir eben, dass die depressiven Verstimmungen vor Beginn der Hypnotherapie, der medizinischen, eben dazu führen, dass deren Erfolg deutlich herabgesetzt wird. Also die Erfolgswahrscheinlichkeit, die sinkt, wenn die Patienten zuvor unter depressiven Verstimmungen litten. Und das Ganze wieder nicht nachweisbar für das Angsterleben und die Angstsymptome, aber für die depressiven Verstimmungen. Wir finden unter anderem auch denselben Mechanismus sogar bei der Untersuchung des Placebo-Effekts, also dass Patienten eben nicht so gut auf Placebo ansprechen, wenn sie unter depressiven Verstimmungen leiden. Und das ist hochspannend, weil eben gerade beim Reizdarmsyndrom der Placebo-Respons sehr stark ausgeprägt ist. Es kommt hier zu deutlichen Verbesserungen, die sind meist auch langanhaltend. Aber bei Patienten mit depressiven Verstimmungen können wir das nicht nachweisen, weder wenn wir das Ganze über Skalen einschätzen lassen, meinetwegen visuell oder über Punkteskalen, oder aber auch wenn wir zum Beispiel den berühmten Ballon-Test machen zur Abschätzung der viszeralen Hypersensitivität. Also die depressiven Verstimmungen oder Depressionen, die mindern tatsächlich den Behandlungserfolg bei verschiedenen Therapiemodalitäten. Und wir wissen auch aus der Untersuchung der Patientenzufriedenheit mit den empfohlenen therapeutischen Maßnahmen, aber auch mit den Therapeuten und Ärzten selbst, dass jene Patienten mit depressiven Verstimmungen fast unmöglich in die Lage versetzt werden können, dass sie sagen, ich bin wirklich zufrieden mit den angebotenen Behandlungen, ich bin zufrieden mit meinem Therapeut oder mit meinem Arzt. Also das ist eine der wichtigsten Variablen, nicht, das ist ja immer so, ich habe das früher auch geglaubt, ich habe gedacht, die Erklärung dafür, ob Patienten sagen, okay, ich bin zufrieden mit den Behandlungsansätzen und ich bin vor allen Dingen auch zufrieden mit meinem Arzt oder mit meinem Ernährungsberater oder Psychologen eben auch, dass die wichtigste Variable eigentlich der Schweregrad ist und wie weit der Schweregrad herabgesetzt werden kann durch eben die verschiedenen Behandlungsansätze. Aber das ist eben nicht der Fall. Der Schweregrad und die Einschränkungen im Alltag, die spielen hier nicht die entscheidende Rolle, sondern sogar eine ziemlich untergeordnete. Aber ganz entscheidend war eben der Zustand der Psyche und vor allen Dingen eben auch die depressiven Verstimmungen oder eben auch eine handfeste klinische Depression. Also diese Patienten, selbst wenn sie milde oder moderate Beschwerden haben, erstens funktionieren eben die Behandlungskonzepte nicht so gut, wie eben diese Studien zeigen. Oder auf der anderen Seite ist es so, dass man eben sehr, sehr schwierig diese Patienten zufrieden machen kann, so dass sie sagen, okay, zumindest auch wenn mir nicht so geholfen wird, aber der Arzt gibt sich Mühe oder der Therapeut, sind Leute für mich da, sie haben Verständnis für mich, das findet dort nicht statt. Und das ist hochproblematisch und man muss sich diesen Patienten viel besser zuwenden und muss ich mir selber an die Nase fassen, denn, wie gesagt, mein persönliches Augenmerk, das ging so ein bisschen mehr in die Richtung, dass ich gesagt habe, okay, jetzt gibt es eben, ich habe es so lange, ich habe es am Anfang beschrieben, so lange mit dieser Diagnose zu tun gehabt, die ja dann später abgerandelt wurde, aber machen wir es jetzt nicht zu kompliziert. Und, also es wurde immer gesagt, ja, sie haben das schwere Reizdarmsyndrom mit Durchfällen, sie müssen damit leben lernen, kann man nicht viel machen, sie müssen Stress reduzieren. Und dann hatte ich immer natürlich Schwierigkeiten mit dieser Psychologisierung meiner Erkrankung, weil das immer so ankam, ja, das ist alles nur bei ihnen im Kopf, sie müssen sich mal ein bisschen entspannen und sie müssen irgendwie einen Weg finden, damit zu leben. Aber mir hatte halt auch nie jemand von diesen biologischen Mechanismen erzählt, eben so krase Isomaltasemangel, Mastzellstabilisation und so weiter. Und dann war das so ein bisschen so ein Befreiungsschlag, wo ich dann sage, hey, guck doch mal, in der Literatur, da findet sich das alles. Und es gibt diese biologischen Faktoren und es gibt diese biologischen Mechanismen und wir können das Ganze rumdrehen für die Patienten, ohne in diese Psychologisierungsschiene zu verfallen, ohne dass ich auch irgendwie verneinen wollte, dass man das Ganze ganzheitlich sehen muss. Das ist natürlich wichtig, gerade weil ich da aus dem Bereich der Psychosomatik komme. Das war mir immer bewusst, die Bedeutung zum Beispiel der Hirndarmachse und so weiter. Aber diese Psychologisierung der Symptome und der Erkrankung, die wollte ich nicht mitmachen und habe mich dann sehr auf diese biologischen Mechanismen konzentriert. Und meine Idee war, wenn Patienten oder Klienten von mir nicht mit wirklichen Verbesserungen zum Beispiel auf Lofotnab reagierten, dann musste es irgendetwas anderes geben, was das biologisch erklären konnte. Und wir müssen eine andere Behandlungsmodalität finden. Und das hat natürlich auch damit zu tun, nicht nur, dass ich da so ein bisschen ein Bias hatte in diese Richtung, sondern auch ganz ehrlich, dass viele Patienten diese Idee einer zum Beispiel depressiven Verstimmung, ja, also einer Depression beispielsweise, massiv ablehnen. Also die sagen, hör mir auf mit diesem Psychoscheiß, ich kann es nicht mehr hören. Und das ist natürlich überhaupt nicht so sexy, wie zum Beispiel, wenn man sagt, ja, wir müssen nur die Carnivore-Diät machen oder wir müssen jetzt einfach, machen jetzt noch diese handfeste Untersuchung oder eine Stuhltransplantation. Das klingt natürlich alles viel cooler und spannender und handfester vor allen Dingen. Komm, wir geben jetzt die Natrium-Chromoglicinsäure zur Stabilisation deiner Mastzellen und eher so eine vielen. Klingt viel cooler, als zu sagen, hey, pass auf, wir sollten dann auch mal schauen, ob da psychisch alles in Ordnung ist. Und ob es da vielleicht irgendwelche Aspekte gibt, an denen wir arbeiten sollten. Und ich möchte mit diesem Video und dem zugehörigen Artikel keinesfalls suggerieren, dass das die einzige Erklärung ist. Also wenn du so ein Patient bist, der von Arzt zu Arzt, von Therapeut zu Therapeut rennt und dem nichts zu helfen scheint, dann gibt es immer noch die Wahrscheinlichkeit, dass du einfach bestimmte Dinge noch nicht ausprobiert hast oder bestimmte Untersuchungen noch nicht gemacht hast. Das ist durchaus möglich. Wenn du aber jemand bist, wo die Ärzte sagen, okay, das ist eigentlich austherapiert und wir haben wirklich alles versucht und nichts scheint zu helfen, egal ob Naturheilkunde und Nährungstherapie, egal ob pharmakologisch und so weiter, dann kann ich dir nur empfehlen, mach nicht denselben Fehler wie ich, sondern schau mal gezielt hin, was ist da psychologisch vielleicht im Busch? Gibt es da irgendwelche Auffälligkeiten? Und die Chance ist hoch, dass wenn du daran arbeitest, eben dann deine Waffen schärfer machen kannst und dass dann eben so etwas wie die Lofotmap-Intervention oder die stärkerarme Diät gut funktionieren kann. Und das Ganze ist ja auch so eigentlich ein bisschen eine Ironie des Schicksals. Ich habe vor Jahren mal einen schönen Artikel gelesen, da wurde genau das beschrieben, dass wir Psychologen, Psychotherapeuten und Psychiater irgendwie, warum auch immer, dazu neigen, beim Reizdarmsyndrom diese biologischen Hypothesen hauptsächlich zu erforschen, diese zu betonen und auch darüber zu publizieren. Also das ist ganz interessant. Viele Artikel zum Thema Massenzellstabilisation oder zum Beispiel auch Darmbarriere und so weiter, die stammen tatsächlich von Leuten, die sich eigentlich eher mit der Psyche beschäftigen. Und auf der anderen Seite gibt es eben diese ganzen Psychogenen-Theorien und so sehr häufig von Ärzten, Immunologen und Gastroenterologen, wo man sagen könnte, okay, wartet mal, eure Arbeit ist doch eigentlich jetzt an Mikrobiom, an der Darmbarriere, an der viszeralen Hypersensitivität und so weiter. Aber die konzentrieren sich auch sehr häufig auf die psychogene oder psychosomatische Ebene. Und dann kommt eben sowas raus, wie Studien auch heute noch zeigen, der absolut überwiegende Teil der Allgemeinmediziner und Gastroenterologen hält das Reizdarm-Syndrom für eine psychische Erkrankung primär und arbeitet eben daran und verweist immer darauf, okay, Psychotherapie ist wichtig, Psychopharmaka, dann eben Dinge wie die Darmhypnose und so weiter. Und die Psychologen sagen, hey, versuch's doch mal mit der Massenzellstabilisation. Das ist hochspannend und deswegen möchte ich dir auch so heute ein bisschen mit auf den Weg geben, immer beide Aspekte zu betrachten. Das wird auch in den nächsten Videos eine große Rolle spielen. Versuch das Ganze ganzheitlich aufzustellen. Du musst jetzt auch nicht, wenn du denkst, okay, bei mir steht vielleicht eine depressive Verstimmung im Raum, dann musst du dich auch nicht singulär diesem Problem jetzt erst mal stellen, sondern du kannst das Ganze natürlich auch parallel anfassen. Es gibt zum Beispiel wunderbare Studien, auch die zeigen jetzt zum Beispiel von der grandiosen Forscherin Heidi Staudacher, die sehr viel zur Low-Hot-Map-Diät gemacht hat. Die hatte ja vor einer Weile, hatten wir hier auch besprochen, in einem Video eine Intervention mit der mediterranen Ernährung gestartet. Und eigentlich war es ja nur so ein Stück weit ein paar Schritte Richtung mediterranere Ernährung. Und in der Studie konnte gezeigt werden, dass eben die mediterrane Kost nicht nur die Beschwerden des Reizdarms lindern kann, sondern eben auch die Headscores verbessern, depressive Verstimmung, Angstsymptome. Das ist dann eine Möglichkeit. Und wenn du jetzt auf der anderen Seite vielleicht noch einen guten Therapeuten findest, der wirklich sagt, okay, wir arbeiten eben auch an diesen psychischen Problemen, die da vielleicht im Raum stehen, dann kann vielleicht auch diese kleine Gruppe mit Reizdarmsyndrom, diese 10 bis 20 Prozent, die im Internet manchmal sehr viel größer wirkt, weil das sind eben diese Patienten, die sagen, hey, es funktioniert doch nichts. So, du erzählst dir immer irgendwas, ja, von den Studien und da profitieren so und so viel Prozent, aber eigentlich funktioniert nichts und das sehe ich auch in den Foren, da sind so viele Patienten, die erzählen dasselbe. Sind natürlich auch diese Patienten, die sich eben dort natürlich vermehrt artikulieren, ist ja ganz logisch, wie auch in den Selbsthilfegruppen. Werden wir uns auch nochmal hier in dem Video damit beschäftigen, wenn man in Selbsthilfegruppen geht, zum Thema CFS, CED oder auch Reizdarmsyndrom, da könnte man manchmal nur die Hände über dem Kopf zusammenschlagen und wegrennen, wenn man dann hört, was diese Erkrankung ist und was es alles für Komplikationen gibt und wie schwer das Leben damit ist. Das bildet aber eben nicht die Gesamtheit wieder, sondern ist eine große Filterblase. Und behalte da bitte ein waches Auge, versuch in beide Richtungen zu schauen, das Ganze miteinander zu vereinen und verschließt sich bitte nicht vor dieser Möglichkeit eben auch psychologischer Themen beim Reizdarmsyndrom. Wir werden auch in den nächsten Videos jetzt immer wieder darauf zu sprechen kommen, was das Ganze tatsächlich für einen Stellenwert hat, dass es auch ursächlich tatsächlich mitwirken kann und wie die Beeinflussung eben der Psyche auch die Verbesserung ganz biologischer Faktoren anstoßen kann. Das soll es für heute gewesen sein. Ich bin gespannt auf deine Meinung. Gerne mal ein bisschen was dazu in die Kommentare posten, damit ich so ungefähr einschätzen kann, wie kommt das bei euch da draußen an? Spielt die Psyche bei euch eine Rolle eurer Einschätzung nach? Habt ihr vielleicht Erfahrungen auch mit Psychotherapie etc. gemacht und dass diese gewirkt hat bei euren Daumenbeschwerden oder eben auch nicht? Ich verbleibe erst mal bis zum nächsten Video, wünsche euch einen wunderschönen, sonnig-stürmischen Herbst und bis zum nächsten Mal, euer Thomas.